Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man am Waschbecken einen Flaschen-Siphon montieren und somit auch einen Design-Geruchsverschluss richtig einbauen kann. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Einbau funktioniert bei dem Kunststoff- bzw. vergromten Modell relativ ähnlich und zuerst einmal sollten wir unseren Siphon auf den Boden hinlegen, anschließend einmal das lange Rohr nehmen, da diese keilförmige bzw. konische Dichtung drauf geben und zwar so, dass der Keil Richtung Siphon zeigt und anschließend auch unsere Überwurfmutter richtig rum aufsetzen, denn dann können wir dieses lange Rohr auch schon handfest im Uhrzeigersinn an unseren Siphon festschrauben. Als nächstes messe ich mal die Dicke meiner Gummimanschette für den Wandanschluss, in meinem Fall sind das genau 3 cm und dafür könnte ich natürlich diese auch jederzeit ausbauen. Zur besseren Veranschaulichung habe ich es mal gemacht und jetzt müssen wir zu den 3 cm der Gummimanschette noch ca. 1 cm hinzugeben, was einfach das Rohr hier hinten ist und dann mache ich mir bei 4 cm bei dieser Gummimanschette einfach mal eine Markierung. Nun gebe ich etwas spezielles Sanitärkleidmittel mal auf mein Rohrende und anschließend auch noch etwas in meine Gummimanschette hinein. Im Notfall kann man übrigens auch einfach Spülmittel verwenden und dann muss ich mal mit leichten Drehbewegungen mein Rohr so weit hineingeben, bis anschließend auch die Markierung hier vorne genau bei meiner Gummimanschette ist. Im nächsten Schritt müssen wir mit der Tauchrohr bis mit der Ablaufgarnitur messen. Bei mir sind das genau 5 cm und anschließend können wir nämlich auch gleich Oberkante von dem Tauchrohr bis Unterkante von unserer Ablaufgarnitur messen. Bei mir sind das jetzt hier auch nochmal so ungefähr 4 cm. Den Ziffern habe ich wieder ausgebaut und auch die Verschraubung wieder geöffnet und nun muss ich mal hier oben bei meinem Tauchrohr die 4 cm von unten anzeichnen und bei meinem langen Rohr vom Rohrende in etwa diese 5 cm. Als nächstes müssen wir beide Rohre bei der entsprechenden Markierung einmal noch kürzen. Ich persönlich verwende hier am liebsten einen Rohrabschneider, aber man kann das Ganze natürlich bei Chrom bzw. Kunststoff auch mit einer Metallsäge machen. Hier müssen wir danach aber unbedingt noch das Rohrende entgraten, nicht dass sich danach hier Haare leichter einfangen. Die Rohre sind fachgerecht gekürzt und jetzt können wir mal unseren Ziffern wieder schon leicht zusammenbauen. Wichtig, die Verschraubung würde ich wirklich noch nicht mal handfest anziehen, da wir sie gleich eh nochmal etwas verstellen müssen. Danach auf keinen Fall die Rosette vergessen, das ist so der klassische Fehler. Und ich habe hier hinten auch nochmal etwas spezielles Sanitärkleidmittel draufgegeben, dass ich es dann auch natürlich auch leichter in meine Gummimanschette hineinbekomme. Wenn wir dann hier vorne bündig sind, dann einmal die Überwurfmutter schon nach oben geben. Natürlich die entsprechende Dichtung mit dieser kleinen Wulst nach unten schauend auch hineingeben. Und wir können anschließend auch schon unsere erste Überwurfmutter an der Ablaufgarnitur hier oben im Uhrzeigersinn festschrauben. Wichtig, hierbei schaut man von unten drauf, deswegen drehe ich es jetzt auch so in die rechte Richtung. Und danach kann ich dann auch meine anderen Überwurfmuttern noch handfest anziehen. Als nächstes das Waschbecken voll mit kaltem Wasser füllen, den Ablauf öffnen, das Wasser trotzdem weiterlaufen lassen. Und zum Schluss die Verschraubung mit den Fingern einmal abtasten, denn dadurch kann man am besten erkennen, ob es hier irgendwo undicht ist. Bei mir schaut es gut aus. Natürlich auch bei dem Wandanschluss hier hinten einmal noch genau schauen, das passt auch. Weswegen ich jetzt auch dementsprechend mal meine Rosette hinten drauf geben kann. Und somit haben wir dann auch schon einen Flaschensiphon fachgerecht montiert. Wenn du dir für zu Hause übrigens einen neuen Flaschensiphon, eine Gummimanschette, so ein spezielles Sanitärgleitmittel oder auch einen Rohabschneider zulegen möchtest, dann einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.